Ich habe für dich heute wieder ein Foto, wo es darum geht, das Maximale aus einem Bild herauszuholen, insbesondere aus Bildern, die schon etwas älter sind. Dieses Foto ist im Jahr 2015 entstanden und zwar auf meiner Türkei-Urlaubsreise. Damals war ich noch nicht so fit in der Fotografie, habe einfach auch oftmals nur drauf losfotografiert, ohne mir darüber Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich fotografieren. Gut, hier muss man der ganzen Sache noch ein bisschen dem schulden, dass ich dort auf einem Schiff oder auf einem Boot gewesen bin und das ist an dieser Hütte vorbeigefahren. Da hatte man jetzt nicht allzu viel Zeit, um das Ganze einzufangen, aber nichtsdestotrotz. Das Ganze wurde mit einer Sony Alpha 65 aufgenommen, das war meine erste DSLR-Kamera, ISO 111 mm mit einer Blende von 9 und einer 250 Sekunde Belichtungszeit. Vorne drauf war wohl ein Filter, den Filter erkennt man hier ganz gut, denn wir haben hier sehr, sehr Magenta-lastige Wolken und auch die Berge hier im Hintergrund haben einen Magenta-Stich. Das lag wohl an den nicht so hochwertigen ND-Filtern, Graufiltern, was auch immer da vorne drauf gewesen ist. Ich denke, es war ein Graufilter, womöglich auch noch falschrum aufgespannt. Man sieht es auch hier. Hier ist es heller, hier wird es dunkler. Wahrscheinlich hatte ich mal vorher ins Hochformat gewechselt und vergessen, den Filter umzudrehen. Gut, aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt hier mit dir alles versuchen einigermaßen auszugleichen und da mir jetzt in diesem Video Lightroom alleine nicht reichen wird, somit ganz herzlich willkommen hier in der wunderbaren Welt von Lightroom und von Photoshop. Mein Name ist Jürgen Schütz und ich präsentiere dir hier auf diesem Kanal Tipps und Tricks für die Fotografie, für Lightroom und für Photoshop. Gut, die erste Analyse habe ich ja jetzt schon im Vorspann durchgeführt. Hier auf der linken Seite haben wir magentalastige Bildbereiche. Hier drüben ist es heller wie dort. Kann aber auch daran liegen, dass von hier oben die Sonne gekommen ist. Auf jeden Fall ist es auf der linken Seite deutlich dunkel. Das möchte ich ausgleichen. Hier die Hütte ist mir extrem zu hell. Man erkennt nicht mehr viele Details auf der Hütte. Mal gucken, was ich da noch rausholen kann. Hier unten habe ich Bereiche, die wohl abgesoffen sind. Die werde ich nicht mehr retten können oder wenn dann nur ganz, ganz minimal. Zumal hat das Foto auch ein gewisses Grundrauschen. Das war halt der Alpha 65 geschuldet. Die Kamera hatte kein so gutes Rauschverhalten. Aber auch nichtsdestotrotz können wir jetzt hier in Lightroom das wunderbar ausgleichen. Zunächst werde ich hier mal versuchen, diesen Magenta-Stich rauszuholen. Und zwar werde ich da einen Verlaufsfilter verwenden. Zunächst werde ich den Verlaufsfilter hier mit einem Doppelklick auf das Wort-Effekt zurücksetzen. Somit werden alle Werte wieder in die Mitte zurückpositioniert. Schnappe ich hier den Verlaufsfilter. Komm dieses Mal nicht von oben oder nicht von unten, sondern von der linken Seite hinein. Zurück die Shift-Taste, dass ich auch wirklich gerade bin. Ungefähr so weit positioniere mir hier das Ganze ungefähr so weit hin. Hier soll der Verlauf stark ins Hellere gehen. Und auf der rechten Seite soll dann die Helligkeitsverlauf abnehmen, sodass wir hier ungefähr die gleiche Lichtstimmung in das Bild bekommen. Dazu gehe ich hier auf die Belichtung und werde den ganz, ganz minimal mal nach oben drehen. Ungefähr so weit. Kann das Ganze noch ein bisschen positionieren. Und ich denke, jetzt haben wir hier einen ganz guten Ausgleich. Hier oben ist es noch ein bisschen dunkler, aber ich möchte ja sowieso noch das Bild ein bisschen beschneiden. Vielleicht beschneide ich den so weit, dass hier der dunkle Rahmen hier oben mehr oder weniger gar nicht mehr so stark zu sehen sein wird. Dann möchte ich jetzt hier auch in dem Verlaufsfilter gleich den Magenta-Stich rausnehmen. Das mache ich hier einfach mit der Tonung, indem ich jetzt hier ein bisschen das Grün reinhole. Und so sieht es doch jetzt erstmal schon ganz gut aus. Ich bestätige das Ganze mit Fertig und werde jetzt hier die Grundeinstellungen weiter einstellen. Die Lichter werde ich ganz nach unten ziehen, so bis auf 90. Darüber hinaus würde ich gar nicht gehen. Alles, was über 90 ist, sieht meistens immer ein bisschen komisch aus. Mit der Abmänderung von der Lichter auf minus 90 habe ich jetzt hier ein wenig mehr Details rausholen können. Das gleiche muss ich jetzt hier aber auch mit den Lichtern machen, weil hier oben ist es doch arg dunkel. Und mal gucken, was wir da noch entgegensteuern können. Ich werde die Tiefen hier so ein bisschen nach oben drehen. Ja, so ungefähr um die 70. Und jetzt haben wir hier oben auch schon ein wenig mehr Details. Klar, mit dem Anheben der Tiefen wird auch das Rauschen verstärkt. Aber wie gesagt, das bekommen wir ganz gut raus. Hier haben wir chromatische Aberrationen. Hier siehst du die blaue Linie hier an der Fensterkante. Mal gucken, ob wir dafür noch ein paar mehr entdecken. Hier vielleicht. Ja, hier unten haben wir ein bisschen lila. Gut, bekommen wir raus. Das ist gar nicht das Problem. Den Weißpunkt werde ich mir automatisch setzen lassen mit der gedrückten Shift-Taste und einen Doppelklick auf das Wort Weiß. Und den Schwarzwert gleichermaßen. Somit haben wir jetzt schon ein sehr, sehr knackiges und scharfes Foto erzielt, ohne irgendwie die Schärfe zu verändern. An der Scharfe werde ich bei diesem Bild auch gar nicht allzu viel einstellen. Ich glaube, das war mit dem Tokina 16mm, 14-16mm. Ich weiß es gar nicht mehr, wie groß die Spanne eigentlich war. 2,8. Ein sehr, sehr scharfes Objektiv auf jeden Fall. Einer meiner Lieblingsobjektive war das damals. Schade, dass es sowas für die Vollformat-Kamera, in dem es die jetzt nicht gibt von Tokina. Wie dem auch sei. Als nächstes werde ich mir ein bisschen die Klarheit so vielleicht um die 10, vielleicht 15 reinrechnen und die Dynamik so um die 20. Und jetzt haben wir ein schönes farbenfrohes und leuchtendes Bild. Den Dunst werde ich so mit plus 5 oder vielleicht auch plus 10 entfernen. Jawohl. So ist es auch schon ganz, ganz toll. Mit dem Entfernen von Dunst wird das ganze Bild wieder etwas dunkler. Deswegen möchte ich jetzt hier das nochmal ein bisschen entgegensteuern, indem ich hier die Belichtung ganz leicht anhebe. So, perfekt. Jetzt möchte ich hier dieses Grüne, dieses Grüne von dem Wasser auch ein bisschen verstärken. Dazu hole ich mir einen Radialfilter ins Spiel, ziehe den hier ungefähr so groß auf, positioniere mir den so, drehe den so ein bisschen und halte die Alt-Taste gedrückt und ziehe mir den so auf meine Größe, die ich haben möchte, die ich erreichen will. Ungefähr so. Die weiche Kante ist bei 50. Ich möchte das im inneren Bereich haben, nicht im äußeren und werde jetzt hier das ganze Grün mir noch so ein bisschen verstärken, indem ich die Tonung mehr ins Grünliche ziehe. Ungefähr so auf minus 50. Man kann es dann immer noch ein bisschen positionieren. So ist es glaube ich ganz okay. So gefällt es mir glaube ich schon ziemlich gut. Ich gehe jetzt hier auf fertig und möchte jetzt hier aber auf der Seite genauso das Blaue ein bisschen verstärkt haben. Aus dem Grund gehe ich jetzt hier nochmal auf den Radialfilter, ziehe mir jetzt hier nochmal einen auf, ungefähr so in dieser Größe und werde mir jetzt hier das Wasser von dem Bild, das blaue Wasser hier nochmal mit der Tonung, auch so um ungefähr minus 20, reinrechnen. Allerdings muss ich das Ganze umkehren, damit das sich auf den inneren Kreis auswirkt und nicht auf der äußeren Kante. So, ist mir jetzt hier aber in dem Fall zu stark, entweder kann ich jetzt hier die weiche Kante anheben auf 75 oder vielleicht noch ein bisschen mehr auf 80, 85. Ist mir allgemein zu stark, ich werde die weiche Kante zurücksetzen mit einem Doppelklick auf den Schieberegler und werde hier die Temperatur einfach ein bisschen zurückziehen, so auf minus 10. Und so soll es eigentlich ganz gut sein, so gefällt es mir. Zack, fertig. Und ich denke, die Grundanschauungen werden für das erste in diesem Bild abgeschlossen. Ich wechsle jetzt hier auf die Details. Wie gesagt, ich werde das Bild jetzt hier nicht weiter schärfen, sondern werde jetzt die Rauschreduzierung anwenden, indem ich hier einmal in das Foto hinein klicke und heranzoomle und jetzt hier mir die Luminanz so auf plus 20, vielleicht sogar 25 einstelle und in Kontrast auch auf 25. Wir könnten das Ganze auch in Photoshop realisieren. Wenn es dich interessiert, wie du das mit Photoshop realisieren kannst, klick da mal oben rechts in der Infobox, da blende ich dir das Video ein. Okay, ich zoome raus. Die Rauschminderung gefällt mir jetzt hier in dem Fall schon ganz gut. Kann ich jetzt hier wieder abschließen und gehe jetzt hier in die Objektivkorrekturen. Wir hatten da ja die chromatischen Aberrationen. Wir haben sie ja hier gesehen an der Fensterkante oder an der Kante von dem Fensterrahmen. Hier unten sieht man deutlich die magentachromatischen Aberrationen. Ich werde das Ganze jetzt hier mal anhaken. Mal gucken, wie die Berechnung aussieht. Und das hat er jetzt schon wunderbar berechnet. Total top. Das Objektiv war aber kein Sony. Das war das Tokina. Und hier das 11-16mm war das genau. Das DX2, 2.8er. Das war ein wirklich bombastisches Objektiv. Wenn du dir ein Weitwinkelobjektiv für deine APS-C Kamera kaufen möchtest, wo es nicht zu teuer ist, schau doch mal in meiner Videobeschreibung. Dort befinden sich ganz, ganz viele Affiliate Amazon-Links. Wenn du darüber irgendetwas kaufst, kannst du mich unterstützen. Das Ganze kostet dich aber nicht mehr Geld. Mir reicht die chromatische Aberration Entfernung aber noch nicht. Ich möchte das Ganze noch einen ganz, ganz kleinen Ticken verstärken. Denn ich habe hier so den Eindruck, dass ob jetzt hier noch ein bisschen violett zu sehen wäre. Deswegen wechsle ich hier auf manuell und werde den violetten Bereich hier einfach um einen Punkt nach rechts in der Intensität verschieben. Okay, das soll es gewesen sein mit der chromatischen Aberration. Das gefällt mir jetzt auch ganz gut. Als nächstes werde ich mir den Bildausschnitt auswählen, so dass es mir hinterher gefällt. Wie gesagt, ich möchte hier den oberen Bereich so ein bisschen abgeschnitten haben. Und hier den rechten Bereich wird auch ein bisschen reduziert. Wenn ich hier in dem Bild von rechts nach links sehe, dann empfinde ich hier auf der linken Seite immer noch ein bisschen magentastichig. Können wir auch gleich machen. Zuerst möchte ich jetzt aber als allererstes mal den Bildschnitt mir auswählen. Dazu gehe ich jetzt hier einfach mal ein bisschen so in den Bereich rein, so dass die Schnittpunkte sich hier an der Hütte befinden. Und ich möchte auch jetzt hier das Ganze ein bisschen reduzieren. Vielleicht noch ein bisschen mehr. So, und dann haben wir hier die Hütte wunderbar im goldenen Schnitt. Und ich denke, so kann man es lassen. Vielleicht werde ich hier den unteren Bereich noch ein ganz, ganz klein wenig beschneiden. So, okay. Ich denke, so ist es gut. Ich gehe auf fertig. Hier drüben haben wir immer noch so ein bisschen Magenta-Stich drin. Deswegen gehe ich jetzt hier auf die HSL und Farbe. Hier geht es hier in der Sättigung bei Magenta auf den Wert und auf Lila auf den Wert. Ja, und jetzt finde ich das richtig, richtig genial. Ich glaube, so ist es ganz gut. Ich werde den grünen noch ein bisschen verstärken. Das gelb werde ich ein bisschen verstärken. Das orange auch. Aber vielleicht nicht ganz so stark. Ich werde den Blauton ein bisschen ins Plus bringen. Vielleicht auch nur so um die 10 und den Aquamarinton ebenso. Gehe dafür aber auf die Luminanz und werde hier die Luminanz in Blau und in Aquamarin absenken. Okay. Der einzige Bereich, der mir jetzt noch nicht in dem Foto gefällt, ist das Helle hier in der Hütte. Das ist natürlich jetzt so ein kleines bisschen das Problem, das Ganze jetzt hier rauszubekommen. Ich kann es hier mit dem Pinselwerkzeug versuchen. Zunächst werde ich die Effekte hier erst wieder alle auf 0 bringen mit einem Doppelklick auf das Wort-Effekt. Und werde mir jetzt hier die automatische Maskierung einschalten. Die weiche Kante so auf 50 stellen. Der Fluss ist bei 100. Die Dichte ist auch bei 100. Werde mir das Ganze jetzt hier reinzoomen. Und versuche es mir jetzt hier, indem ich mir die Überlagung für ausgewählte Maskenanzeige hier anhake. Und dann siehst du, welche Bereiche er auswählt. Und er sah jetzt hier auch nur die hellen Bereiche aus. Gut, hier habe ich ein bisschen drüber gemalt. Macht aber nichts. Das können wir gleich korrigieren. So. Das Ganze zu korrigieren gehst du jetzt hier auf Löschen. Und kannst jetzt hier mit einer ziemlichen harten Kante den Bereich hier wegnehmen, wo du drüber gemalt hast. Das ist gar kein Thema. Muss jetzt auch nicht so stark sein, also so genau sein. Hier auch so ein bisschen genau. Ich denke, so ist es in Ordnung. Hier haben wir auch noch ganz viele dunkle Bereiche drin. Die brauche ich noch nicht noch dunkler machen. Ich denke, so ist es okay. Damit ich jetzt auch wieder sehe, was dann letztendlich da unten drunter unter diesem rot durchsichtigen Bereich passiert, werde ich den Haken hier bei Überlagung für ausgewählte Maskenanzeigen wieder ausschalten. Und werde jetzt hier die Belichtung in dem Bereich so ein ganz klein wenig runternehmen. Nicht zu stark, weil wenn du es zu stark machst, sieht es irgendwann mal komisch aus. Aber vielleicht in dem Stil. Die Lichter kann ich auch noch ein bisschen runterziehen. Und dafür die Tiefe ein bisschen anheben. Schwarz können wir ein bisschen verstärken. Ja, und ich glaube, jetzt ist es doch deutlich besser. Ich mache mal hier den Vorher-Nachher-Vergleich. So sah es ohne diese Korrektur aus. So sieht es mit der Korrektur aus. Und das blendet dich jetzt einfach nicht mehr so extrem stark beim ersten Blick. Okay, ich denke, das war der Part in Lightroom. Viel mehr werde ich jetzt hier nicht machen können. Und werde das Ganze jetzt hier in Photoshop übergeben. Um das Foto in Photoshop zu übergeben, klicke ich hier einmal mit der rechten Maustaste in das Bild. Sag bearbeiten in Adobe Photoshop CC 2019 oder welche Version du auch immer verwendest. So in Photoshop angekommen, mache ich mir als allererstes eine Kopie der Hintergrundebene. Und zwar mit STRG und J. Als nächstes werde ich mir die Luminanz mit den Luminanzmasken so ein wenig absenken und in bestimmten Bereichen wieder anheben. Dazu werde ich hier die Luminanzmasken, die ich mir erstellt habe, ins Bild holen. Wenn du dir meine Luminanzmasken kostenlos herunterladen möchtest, gehe auf meine Webseite www.kitea.de. Sobald du einen registrierten Benutzer hast und angemalt bist, hast du Zugriff auf all meine Downloads. Ich klicke hier auf Luminanzmasken erstellen. Das Ganze dauert einen ganz kurzen Moment und die Luminanzmasken befinden sich dann im Anschluss hier in dem Reiter Kanäle. Solltest du die Kanäle bei dir nicht finden, gehe hier auf Fenster und setze hier den Haken bei Kanäle. Hier oben befinden sich RGB Rot, Grün und Blau. Das sind die Standardkanäle, die jedes Bild mit sich und hier unten drunter befinden sich die Luminanzmasken, die ich automatisch erzeugt habe. Ich werde mir jetzt allererstes hier die Lichter 1 anwählen, drücke die Steuerungstaste und einmal hier auf die Miniaturansicht, sodass ich hier eine Auswahl erhalte. Gehe hier auf Ebene zurück, klicke hier auf die oberste Ebene, wechsle hier auf die Gradationskurve und werde mir die Gradationskurve jetzt hier in der Mitte so ein bisschen runterziehen. Ungefähr so weit. Ja, vielleicht ein bisschen so. Ja. So finde ich es auch ganz cool. Als nächstes werde ich mir eine weitere Luminanzmaske holen und zwar in den Tiefen. Und zwar hier auf die Tiefen 2 gehen, die Steuerungstaste gedrückt halten, auf die Miniaturansicht klicken, somit bekomme ich hier wieder eine Auswahl. Gehe hier wieder auf Ebene, klicke die oberste Ebene, Ebene 1 an und werde mir hier eine weitere Gradationskurve reinholen. Da werde ich mir jetzt einen Punkt ungefähr hier setzen und dann den Bereich so ein ganz klein wenig auffällen. Ja, vielleicht nicht zu stark, weil sonst sieht es sofort komisch aus. Vielleicht ist es so. Ich mache mal ein Vorher-Nachher. So sah es ohne aus, so sieht es mit aus. Vielleicht ist die Auffällung sogar schon ein bisschen zu stark, deswegen werde ich es noch ein bisschen zurücknehmen. Mit, ohne, mit, ohne, mit, ohne. Okay. Ich hole mir eine dritte Luminanzmaske ins Spiel, klicke hier wieder auf die Ebene 1, Kanäle und dann hier die Mitteltöne. Ich wähle mir hier die Mitteltöne 1 aus, drücke die Steuerungstaste auf die Miniaturansicht und dann kommt die Meldung. Es sind keine Pixel zu mehr als 50% ausgewählt. Die Auswahlkanten werden nicht sichtbar sein. Einige YouTuber sagen, dann soll man einfach eine andere nehmen. Das passiert ab und zu mal. Vergiss das, was da gesagt worden ist. Einfach auf OK drücken. Du hast trotzdem eine Auswahl. Photoshop kann sie dir jetzt hier nur nicht mehr visuell darstellen. Das ist der einzige Grund. Gehe hier auf Ebene. Gehe hier auf die Ebene 1. Und ich hole mir hier noch eine Gradationskurve ins Spiel. Und du siehst jetzt hier auch schon die Maske, ja. Da, wo er gerade gemeckert hat, da, wo einige YouTuber sagen, dann nehmen einfach eine andere, das passiert halt ab und zu mal. Das funktioniert da halt nicht. Das ist Blödsinn. Okay, ich gehe jetzt hier auf die Gradationskurve, auf den vorderen Teil, sodass ich die Kurve wieder sehe. Ich werde mir hier oben das Ganze nach oben ziehen, also aufhellen und hier unten abdunkeln. Ungefähr so. Und jetzt packe ich die Gradationskurve mal in eine Gruppe, indem ich alle drei markiere. Steuerung G drücke. Das kann ich hier ausblenden, einblenden, ausblenden, einblenden, ausblenden, einblenden. Und das gefällt mir doch schon ziemlich gut. Ich kann hier das Ganze wieder minimieren. Ich benötige eine neue komplette Ebene, denn ich möchte jetzt die Nick Collection verwenden. Dazu drücke ich Steuerung Alt, Shift und E und gehe hier oben auf Filter, die Nick Collection Color Effects Pro 4. In Color Effects Pro 4 wechsle ich hier auf die Landschaft und hole mir jetzt hier den Filter Pro Kontrast mit dem dynamischen Kontrast so um die 50 anheben. Den Kontrast werde ich mit 25% korrigieren und den Farbstich mal gucken, wie es denn hier aussieht, wenn wir das so machen oder so. Ich denke ja, so um die 50 gefällt es mir dann doch ganz gut. Ja, wobei 35. Ich lasse es hier bei 35, so gefällt mir das Bild, wirklich toll. Das war es jetzt hier auch schon. Ich brauche gar nicht allzu viel mehr machen. Ich werde keine weiteren Filter mehr auf das Bild legen. Bestätige das Ganze mit OK und lasse mir das Ganze hier von der Nick Collection ins Bild rechnen. Sieht gut aus. Wenn mir das vielleicht auch ein bisschen zu stark ist, kann ich jetzt hier mit der Deckkraft vielleicht so auf die, ja, auf 90% runtergehen. 85, 90%, ja, so ungefähr. Und zum guten Schluss werde ich jetzt hier noch eine selektive Farbkorrektur anwenden. Ich gehe hier in die Grautöne und werde mir das Ganze jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir das jetzt hier ins Rötliche verschieben oder ins Grünliche. Ich gehe jetzt hier aus Grünliche, werde hier bei Magenta, ja genau, so ein bisschen rein und bei Gelb mir ins Bläuliche gehen. Und ich denke, so ist es ganz gut. Ohne Farbkorrektur, mit Farbkorrektur, ohne mit. Okay, hier haben wir wirklich noch Stellen, die wirklich abgesoffen sind, die ich nicht mehr retten kann. Okay, ich denke, das war es eigentlich schon. Schärfen brauche ich nichts in der Stokina. Das Objektiv war von Haus aus schon sehr, sehr scharf. Alles, wo ich jetzt schärfen würde, würde das Ganze bilden überschärfen. Jetzt fehlt noch mein Logo. Das Ganze auf Webgröße optimiert und exportiert. Ich denke, viel mehr werde ich da nicht mehr machen. Hier unten habe ich natürlich tatsächlich noch Bereiche, die wirklich abgesoffen sind. Da werde ich auch nicht mehr allzu viel rausholen können. Damit kann ich jetzt aber leben. Man könnte jetzt hier noch den Stromkasten hier entfernen. Aber Sensorflecken habe ich jetzt am Anfang welche gesehen. Die sehe ich jetzt nicht. Wahrscheinlich habe ich die alle abgeschnitten. Passt also auch. So, ich denke, das war es. So, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass mir einen Daumen nach oben. Da da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Folge mir auf Facebook. Folge mir auf Instagram. Alle UAS dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Teile dieses Video mit all deinen Freunden und empfehle mich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Mach's gut. Und ciao, bis zum nächsten Mal.